Moin und damit herzlich willkommen zur Preview zur Divisional Round. Es sind jetzt 8 Teams noch in den Playoffs und alle sind auf jeden Fall competitive, beziehungsweise alle haben die Chance in den Super Bowl zu kommen. Und es sind jetzt keine Matchups mehr wie in der Wildcard Round, wo man vorher schon genau sagen kann, wer gewinnt. Ich finde es sind 4 knappe Matchups, 4 geile Matchups. Und jedes Team, was jetzt in den Super Bowl kommt, beziehungsweise es wäre überhaupt nicht abwegig, dass egal welches Team, zum Beispiel auch die Bengals, vielleicht das schlechteste Team noch in den Playoffs, das wäre, oder vor die Niners, wäre überhaupt nicht abwegig, dass die in den Super Bowl kommen, beziehungsweise das wäre jetzt nicht die große Überraschung. Und deswegen 4 geile Matchups zu Humane Zeiten. Das Sonntagnachtspiel ist vielleicht für viele schwer zu gucken. Das ist um 1 Uhr nachts, nicht mehr um 2 Uhr nachts, das wäre ich ganz geil. Aber, ja, für die Leute, die Montags arbeiten, müssen wir euch ganz schwer. Aber das ist auch das beste Matchup, das ist der Bills gegen Chiefs. Wir fangen aber von dem Matchup an, was Samstag kommt, und das sind die Bengals gegen die Titans. Das Spiel hat man wieder die Connections zwischen Burrow und Jamar Chase gemerkt, und die sind einfach heiß gelaufen, beziehungsweise haben eine richtig geile Saison, auch dass Jamar Chase den Rekord von Chad Ochozinko, beziehungsweise Chad Johnson, geschlagen hat, beziehungsweise überboten hat. Und das war ja nicht mal ein Rookie-Rekord, das war ja ein Rekord für die ganze Franchise, und Chad Ochozinko war schon ein richtig geiler Receiver, und Jamar Chase hat ihn einfach überboten, erste Saison, eher ein Spiel mehr, aber ich weiß gar nicht, ob er vielleicht sogar schon eine Woche 17 überboten hat, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Und die Titans Secondary ist sehr angeschlagen, beziehungsweise hat viele Pass Yards, viele Receptions erlaubt in der Regular Season. Die hatten jetzt eine Buy Week, deswegen weiß man jetzt nicht noch nicht die aktuelle Form. Die Bengals hatten ein richtig gutes Spiel, beziehungsweise die Offense hatten ein richtig gutes Spiel. Und selbst wenn jetzt die Titans schaffen, Jamar Chase auszuschalten, hatten wir immer noch Tyler Boyd und Tee Higgins, die auf jeden Fall solide Nummer zwei Options sind. Und allgemein der Right Receiver Core von den Bengals ist einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste der Liga, hat sich diese Saison gezeigt. Wenn man die Titans Offense anguckt, dann wird der Weg auf jeden Fall anders aussehen, da wird man zu 99% über das Rushing Game gehen. Egal, ob es jetzt mit Derrick Henry ist, wo immer noch nicht klar ist, ob er wiederkommt, oder ob er auf der Form wiederkommt, wie er vorher gespielt hat, wobei man da eigentlich keine Sorgen haben muss, weil Derrick Henry out of Form zu sehen, habe ich selten gesehen, beziehungsweise gar nicht gesehen, vielleicht ein Spiel mehr. Aber allgemein ist er immer ein richtig guter Running Back, oder ob halt Formen läuft, das ist am Ende wahrscheinlich sogar egal. Dann hat man bei der Bengals D-Line, Hendrickson kommt, glaube ich, zurück, der ist ja im Konkursen-Protokoll, müsste wieder gekleert sein. Aber Larry, Ogan, Joby kommt nicht zurück, und das wird der Line auf jeden Fall schaden. Allgemein ist die Line etwas angeschlagen, und kann der Rush, vielleicht im Rush-Game, der Titans nicht ganz so mithalten. Am Ende denke ich, es wird ein sehr enges Spiel, und es wird wahrscheinlich auf den letzten Drive hinauslaufen. Ich gehe aber mit den Titans, mit dem Favorit, mit dem Nummer-1-Seed, Bye-We-Gapped, Heimvorteil, das sind vielleicht so die kleinen Faktoren, die am Ende des Spiels erscheint werden. Wie gesagt, knappes Spiel, vielleicht One-Score-Game. Ich gehe mit den Titans. Das zweite Spiel, das kommt dann 2 Uhr nachts, Samstags, also am Wochenende, Samstags nachts, kann man es gucken, wenn man will. Und es ist schon fast ein Playoff-Klassiker, aber es kommt, das sind die Foyt-Niners gegen die Packers. Die Foyt-Niners haben im letzten Spiel vielleicht ein bisschen Momentum gesammelt, aber allgemein sind die Packers besser in Form, beziehungsweise haben eine bessere Regular-Season gespielt. Der X-Faktor von den Foyt-Niners, egal ob Offense oder Defense, auf jeden Fall Debo Samuel, egal ob es durch Rushing-Game oder über die Luft, das ist irgendwie so das Gegenspiel zu zum Beispiel einem Todd Gurley in seiner Prime oder zum CMC, die Running-Games im Receiving-Game eingesetzt werden. Er dreht das Ganze um, er ist der Right-Receiver, der im Running-Game eingesetzt wird, und es klappt halt einfach, dass so typisch Kyle Shanahan irgendwo in der West Coast Offense findet immer noch einen Trick, wo man irgendeinen anderen Spieler komplett anders einsetzt, wie auch zum Beispiel mit Kyle Juszczyk. Da sind die Positionen wenig definiert und er wird oft auf anderen Positionen gespielt, wie es eigentlich sein soll. Und das macht das Ganze flexibel. Die Rush-Defense der Packers ist seit Jahren nicht so gut, das war ja auch 2019, wo man von, oh, jetzt wird mir erinnahmlich einfach, von Moneybagg vorhin vorhin, als wir ja komplett kaputt glauben wurden im NFC-Drips-Game und da hat sich über die Saison oder beziehungsweise über die zwei Saisons jetzt nicht so viel getan. Die Rush-Defense immer auch angeschlagen und wie gesagt, nicht ganz überzeugend, aber bei Niners muss auch das Run-Game funktionieren, weil ich sehe keine Chance, dass man über das Pass-Spiel, auf Deutsch formuliert, gegen die Packers gewinnen wird. Man hat zwar gesehen, dass Ayuk und Dibos Samuel die Secondary von den Cowboys durchgehend nass gemacht hat, besonders Trevor und Diggs, aber man hat dann halt auch gesehen, dass Jimmy G nicht die Receiver getroffen hat, beziehungsweise nicht immer getroffen hat. Ayuk paar Mal überworfen, paar Mal unterworfen, Dibos Samuel nicht immer getroffen und die Separation kriegen die gegen die Packers auf gar keinen Fall. Die Secondary gegen alle Erwartungen spielt die mega gut, auch ohne Jay Alexander und der kommt jetzt in den Playoffs zurück. Das heißt, es kann nur ein Upgrade sein und ich sehe nicht, dass die vorhin Niners, wie gesagt, über das Passing-Game reinkommen. Die müssen das Run-Game reinkommen und wenn das gestoppt wird, dann nehme ich in 99 von 100 Fällen die Packers, dass die das Spiel gewinnen. Es ist noch fraglich, wenn man jetzt auf die Defense der vorhin Niners schaut, ob Nick Boster zurückkommt, aber ohne ihn war der Pass-Forsch am Ende auch noch stark, obwohl er rauskam aus dem Spiel und Rodgers ist halt im aktuellen MVP-Form beziehungsweise der aktuelle MVP und wird wahrscheinlich auch wieder zum MVP gewählt, zweimal nach Gang und die Vorhin Niners Secondary ist nicht so stark, wie man sich das vielleicht erhofft gegen die Packers, wenn da Devont Adams kommt und Devont Adams kann man nicht stoppen, auch wenn man den besten Corner auf den Absatz kann man nicht stoppen, hat man im Fall von Ramsey gegen Adams gesehen, Metal Fleur schafft es immer wieder, den freizulaufen, beziehungsweise durch Shifts, auf eine andere Seite zu bringen, schnelle Shifts wieder zurückschiften, man sieht ja immer wieder, wie der hinter Rodgers zum Beispiel herläuft, auf die andere Seite und dann wieder vorher zurück und dann weiß man auch nicht genau, wer jetzt was decken soll und wie gesagt, das hat die letzten Jahre gut geklappt, das wird gegen die Vorhin Niners wahrscheinlich auch gut klappen, auch wenn in den letzten Jahren immer die Vorhin Niners den Vorteil hatten, sage ich mal, gegen die Packers, dieses Jahr sehe ich, dass die Packers den Fluch brechen und gegen die Vorhin Niners gewinnen, nur um dann den nächsten Fluch zu kommen und zwar ins MC Championship Game, aber das ist eine andere Sache, womit wir uns da beschäftigen, wenn sie reinkommen und wenn ich das Spiel dann tippe, also ich sehe die Packers vorne und die werden knapp, vielleicht aber auch ein Two-Score-Game werden die gehen, die vorhin Niners gewinnen. Dann kommen wir zum Sonntag-Match-Up, das läuft um 21 Uhr, jetzt verschieben sich die ganzen Zeiten so ein bisschen, sonntags wird jetzt 21 Uhr und dann 1 Uhr gespielt, nicht 19 Uhr und 2 Uhr, beziehungsweise 1.30 Uhr, ich weiß jetzt nicht genau, wann das ist, das Match-Up gab es diese Saison schon mal und das gab es auch letzte Saison schon mal und beide haben die Rams gewonnen und nicht nur knapp, sondern halt auch überzeugend. Brady hat ein paar Picks geworfen in beiden Match-Ups, im ersten auf jeden Fall zwei, im zweiten war ich jetzt gar nicht. Brady hat auch nicht die gewohnten Anspielstationen, wie er es unter der Saison hatte, mit Chris Cotwin, der verletzt ist und mit Antonio Brown, der gefeuert wurde, beziehungsweise rausgeschmissen wurde und wenn man jetzt noch davon ausgehen kann, dass Ramsey Mike Evans komplett aus dem Spiel nehmen könnte, wenn er 1 zu 1 aufgestellt wird, was Raheem Morris in letzter Zeit öfter gemacht hat, nicht zu Beginn der Saison, hat man gesehen, dass die Receiver trotzdem noch Yards bekommen haben, aber sobald Ramsey durchgehend 1 zu 1 covert, Mike Evans beziehungsweise 80, 50 Prozent zu der Fälle, dann kann man Evans aus dem Spiel nehmen und das kann Ramsey, das hat er gegen Evans schon mal gezeigt und das hat er gegen andere Top-Receiver auch gezeigt und dann sieht es für die Receiving-Options gar nicht so gut aus, für Tom Brady hat noch Kronkowski und noch andere Receiver, die jetzt auch nicht schlecht sind, kein Receiver in der NFL ist schlecht, aber die Rams Secondary ist ja sonst auch nicht schlecht mit Darius Williams und Tyler Rapp, der zurückkommt, mit Radl, der eher Run-Stopper eingesetzt wird und die hat ja, die Fans hat auch in die Cardinals sehr gut gehalten und die Key-Faktoren bei den Bucks sind auf jeden Fall Tristan Wirfs und ne, doch Tristan Wirfs und ich habe gerade mit Wills von den Browns verwechselt, Tristan Wirfs und Leonard Fournette und die sind ja beiden noch nicht gecleared, beziehungsweise beide ist noch fraglich, ob die kommen, bei Tristan Wirfs sah es ein bisschen arg die Verletzung aus, also ich denke nicht, dass er wiederkommt, kann mich aber auch täuschen, ich bin ja kein Arzt und Maddox in der hat er probiert, mit der Verletzung zu spielen und wurde dann direkt geschlagen und wobei die wird gesackt und direkt danach im Spielzug kam der Backup rein und der wurde dann direkt auch geschlagen und wurde danach auch gesackt, also wenn das passiert, wenn man die rechte Seite, ja ich spiele rechts, wenn man die Seite nicht ersetzt bekommt, beziehungsweise dann Wirfs in den Spiel und der Backup spielt, dann kann es sehr gefährlich für Buckneys und sonst Brady in der Pocket werden, weil außen hat man Leonard Floyd und Von Miller beide über 10,6 beziehungsweise Von Miller über 10, äh, Leonard Floyd über 10,6 und ich glaube Von Miller mit Broncos und Rams zusammen auch über 10 und wenn die im 1 gegen 1 gegen Backup und Brite Tackle sind, da sehe ich schwarz für Tom Brady und man kann jetzt auch einfach nicht doppeln, man kann ja nicht sagen, man doppelt Von Miller oder Leonard Floyd, weil in der Mitte steht Aaron Donald, der immer gedoppelt werden muss, damit er nicht durchkommt, deswegen denke ich, dass Brady viel im Gesicht hat und man sieht, Brady lässt sich wenig hacken, aber der wird dann auch oft schnell den Ball los und kann nicht vielleicht die Option anspielen, die er vielleicht gerne anspielen würde, also wie gesagt, der Pass-Wash von den Rams kann ein Problem werden, wenn Trish & Wurfs nicht dabei ist und wenn Leonard Von Nett nicht dabei ist, dann hat man auch gesehen, dass das Running Game von den Buccaneers nicht so gut läuft mit den Backups und Leonard Von Nett in den Playoffs letztes Jahr ein großer Faktor, wenn er jetzt wiederkommt, kann das für die Bucks auf jeden Fall besser laufen als ohne ihn und wenn man das Ganze jetzt umtritt, bei der Offense von den Rams hängt eindeutig fast alles von Matthew Stafford ab, wenn er ein gutes Spiel hat, sind die Rams auch gut, immer wenn er über ein 100er Passer-Rating hat, dann gewinnen die Rams, dann haben die perfekten Rekord und wenn nicht, dann sieht es als eng aus, weil zwei Picks oder ein Pick-Six kann das Spiel schon entscheiden, in den Playoffs sind Pick-Six oder allgemein Splash-Plays sehr entscheidend, da kann er schnell das Momentum schiften, der Will Henderson kommt zurück, das heißt, man hat wieder dieses Running Back-Trio, bin gespannt, wie wer eingesetzt wird, ich denke, der Will Henderson wird trotzdem am wenigsten eingesetzt, allein weil Sonny Michel so eine starke Saison hat am Ende und Cam Akers letztes Spiel auch gut aus, deswegen sind die beiden wahrscheinlich die primären Options, aber wenn das Running Game reinkommt, dann sieht man ja auch Sean McVay oft die Running Back-Shiften, um immer wieder frisch reinzubekommen und dann können auch die Bugs kaputt gelaufen werden, wobei da die Frage ist, ob die Buccaneers mit der Run-Defense überhaupt kaputt gelaufen werden können. Am Ende habe ich die Rams vor den, also sehe ich, dass die Rams das Spiel gewinnen gegen die Buccaneers, vielleicht bin ich ein bisschen biased, weil ich ja Rams-Fan bin, aber zwei Match-Ups, wie gesagt, die letzten zwei Match-Ups gewonnen und das ist ja auch nicht so lange her und in der dritten Woche hat man glaube ich nie gespielt und das sah schon sehr eindeutig aus, beziehungsweise sehr überzeugend aus von der Rams-Seite, dann glaube ich, Staff hat auch das beste Spiel seiner Rams-Karriere, seiner jungen Rams-Karriere, in die Cardinals hat man Zeit, dass man gute Teams auch gut spielen kann, zu jetzt dem Zeitpunkt der Saison, deswegen, ich gehe auf die Rams. Dann das letzte Spiel, wie gesagt, 1 Uhr nachts, soweit ich weiß, die genaue Zeit habe ich jetzt nicht im Kopf, aber so um den Dreh, könnt ihr nochmal gucken, ist Bills gegen Chiefs, das vielleicht beste Match-Up, das spannendste Match-Up, das mit den beiden besten Quarterbacks zum etzlichen Zeitpunkt vielleicht und alles steht nach einem Highscoring-Game, aber in der NFL heißt das, wenn es nach einem Highscoring-Game steht, dann wird es oft mit einem Lowscoring-Game entschieden, beziehungsweise Lowscoring-Record, beide kommen nach einem absoluten Blowout aus dem Playoffs, beziehungsweise aus der White-Card-Round, die Chiefs haben die Steelers komplett zerstört und die Bills haben die Patriots komplett zerstört, obwohl beide Defenses ja nicht sonderlich schlecht sind, sondern die Steelers-Defense eigentlich ganz gut, trotzdem Mahomes mit 5 Touchdowns und Kelsey hat noch einen Touchdown geworfen, da war einiges, ging einiges schief bei den Steelers, beziehungsweise ging einiges gut bei den Chiefs, Mahomes hat sich zu Ende Saison gefangen, am Anfang sah es ja weniger gut aus, aber da war auch sehr viel unglückliche Place dabei, Receiver gedroppt, beziehungsweise Receiver getippt, und dann Interception, aber, was man sagen muss, gegen Mahomes hat am besten immer geklappt, wenn man mit Too High Safeties, also Too High Coverage gespielt hat und die Bills haben vielleicht das beste Safety Duo mit Poyer und Hyde, sonst gegen die Patriots hat man ja gesehen, was die alles anrichten können, wenn die all over the place sind und ja, das denke ich, dass das gut für die Bills ist und schlecht für die Chiefs natürlich, genau wie Mahomes hat sich in der Unter-Saison gesteigert, gegen Ende der Saison wurde er wieder richtig gut, der war die ganze Saison eigentlich schon gut, aber gegen Ende wurden die Bills auch richtig gut und dann sieht auch der Quarterback besser aus. Dawson Knox wurde zu seiner Lieblings- Anspielstation, so aus dem letzten Game oder auch gegen Ende der Saison, hat sich zum guten Titan entwickelt, Anspielstation Nummer 1 und die Chiefs Defense ist jedoch dafür bekannt, dass sie viele Turnover forst, ich glaube die meisten Turnovers in den letzten Spielen, man sieht oft Fumbles, Interceptions, das könnte schwer für die, also böse für die Bills enden, weil am Ende gehe ich davon aus, dass der, der das Turnover Battle gewinnt, beziehungsweise mehr als zwei Turnover, wenn jetzt die Chiefs mehr als zwei, mehr Turnover als die Bills haben, dann haben die das Spiel, denke ich, gewonnen. In dem Spiel entscheiden Turnover vieles, besonders wenn ein Highscoring-Game wird und dann zwei Turnover, sind dann sieben Punkte weniger für die eigene Offense, sieben Punkte mehr für die gegnerische Offense, das kann vieles entscheiden und eigentlich spricht vieles für die Bills, aber mein Bauchgefühl sagt einfach, dass ich auf die Chiefs tippen muss, das wäre das ausgeglichenste Spiel im Wochenende und ich kann, also ich kann alles sehen, ich kann auch sehen, dass die Bills, die komplett über die Chiefs drüberrollen, wie die über die Patriots drübergerollt sind, ich kann es auch genau so andersrum sehen und ich kann einfach nicht sehen, dass die Chiefs in dem momentan Zustand das Spiel verlieren werden und aus den Playoffs ausscheinen werden, kann ich aber nicht sehen, auch wenn ich es wünsche, dass die Bills gewinnen, einfach weil ich nicht will, dass die Chiefs wieder in Super Bowl kommen, einfach um Abwechslung in der Liga zu haben, beziehungsweise nicht das vierte oder fünfte Mal nach ganz LFC Championship Game kommen und ja, ich tippe auf die Chiefs, nicht auf die Bills, aber ich wünsche mir, dass die Bills gewinnen und nicht die Chiefs, ja, das war es mit den vier Spielen. So, das war es mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, es sind vier geile Playoff Spiele, ich habe auf alle vier Bock und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr tippt, beziehungsweise welche Spiele, also welche, was ihr anders seht, als ich, ich denke zum Beispiel Rams gegen Bucks werden viele anders sehen, Bills gegen Chiefs auch und eigentlich alle vier Spiele kann man anders tippen und ich würde keinen dafür verrichten erklären, beziehungsweise keinem sagen, dass er spinnt, wenn der auf das andere Team tippt, worauf ich nicht getippt habe, beziehungsweise auf den Underdog tippt, weil krasse Underdogs gibt es auch gar nicht, ich habe mal bei den Quoten geguckt, die höchste Quote ist glaube, bei den Packers und bei den 49ers, die haben eine Fünfer, also fünf Punkte Vorsprung, quasi die 49ers und das ist halt nicht mal ein Touchdown und das dann schon, sprich für eine ausgeglichene Playoff Runde und ja, wie gesagt, wenn ihr die weiteren Videos nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, dann kommt nächste Woche Montag, kommt ja wieder die Wochenschau und dann kommt Mittwochs oder Dienstags, eigentlich kannst du dir schon Dienstags das Video bringen, wenn das Playoff-Spiel Sonntag ist, ja, bringt dann Dienstag das Review zu dem Wochenende und kann gucken, ob die Tipps hier alle richtig waren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.